oder wie bringt man seine Ehefrau um, suchte. Dazwischen suchte er jedoch nach Steak und Käse. Für viele Leute im Netz war klar, da bereitet jemand den perfekten Mord vor. Der Mörder muss gefunden werden. Ein Dokumentarfilmer fand ihn schließlich auch, nur stellte sich heraus, dass es sich nicht um einen blutrünstigen Serienkiller handelte, sondern um einen Autor der TV-Serie Cold Case. Er recherchierte Morde und holte sich makabre Inspiration für seine Arbeit beim Fernsehen. Dazwischen hatte er Hunger auf Steak und Käse. Seine Frau lebt nachweislich noch, seine vermeintliche Anonymität hat hingegen nicht überlebt. Sie sehen also, nur weil ein paar Informationen verändert oder ersetzt wurden, sind sie wirklich noch nicht anonym. Ernsthafte technische Anonymisierung ist möglich. Wo aber anonym draufsteht, ist noch lange nicht anonym drinnen. Oft ist es nur Etikettenschwindel. Kapitel 16 Wir bezahlen doch mit unseren Daten. Das Leben ist ein Geben und Nehmen. Wir bekommen im Netz viele Dienste ohne Bezahlung und müssen dafür eben auch etwas geben. Wenn du für das Produkt nicht zahlst, bist du das Produkt, wird gerne verbreitet von den Konzernen und einigen Datenschützern zu gleichen Teilen. Von allen Mantras der Privatsphäre-Gegner ist dieses Argument auch das Einzige, das zumindest im Ansatz richtig ist. Leider setzten aber die meisten Meinungsführer nach dieser ersten Feststellung einen Punkt. Politiker mit überschaubarer Fähigkeit zu kritischem Denken sagen dann so schöne Sätze wie Wenn wir ernsthaften Datenschutz einführen, dann müssen sie bald für jede Webseite zahlen. Das wollen sie doch nicht, oder?